Moin Jan, herzlich willkommen auf meinem Kanal zu neuen Diablo 4 Video. Ihr habt es schon gesehen auf dem Thumbnail. Es soll möglich sein, innerhalb von ein paar Sekunden von Level 1 auf Level 60 zu kommen, allerdings nur mit einem Zweitcharakter. Das heißt, der erste Charakter ist ja bei mir hier dieser, der ist jetzt auf Paragon 249. Den habe ich auf Qual 4 wichtig, weil ihr kriegt ja wohl die meisten XP von den Truhen vom flüstelnden Baum. Die sammelt ihr, legendäre wie auch normale, und packt sie erstmal in die Kiste. Wir machen das jetzt gemeinsam einmal. Ich erstelle mir jetzt eine Zauberin. Das war jetzt meine zweite Wahl in dieser Season. Damit bestätigen. So, und dann nehmen wir diese gute und einmal den Namen. Bei mir heißen alle Energy, egal Frau oder Mann. Bestätigen. Da können wir nicht gehen, das ist aber auch egal, weil es soll so sein, dass ihr aus Qual 4 den XP von den Kisten bekommt. So, die. Dann gehen wir gleich an die Kiste. Wie langsam der Charakter dann ist, ohne irgendwelche Ausrüstung am Anfang, ne? So, ich bin gespannt. Wir sind jetzt Level 1 direkt, wirklich mit 0,0 Punkten. Okay, wir müssen die Dinger einsammeln und dadurch gibt es XP. Level 23 nach der ersten Kiste. 29. Ja, geht schon schleppender. Okay. Wir machen mal die nächsten drei. Also da haben sie schon irgendwie einen Cap eingebaut. Jetzt haben wir noch diese hier. 32. Dann machen wir die nächste Kiste auf. Und die letzte Kiste. Ja, aber... Nix mit Level 60. Okay, mag sein, dass die Personen da ein paar mehr gefarmt haben. Ein paar mehr Kisten. Oder die haben es mittlerweile gecapped oder wie gesagt gepatcht, dass es nicht mehr möglich ist. Weil das waren jetzt wie viel? Acht oder neun? Ja, okay. Also haben wir es nicht ganz bestätigt innerhalb von ein paar Sekunden. Ich denke, wenn wir dann vielleicht eher 30 Kisten haben, dann ist es möglich, weil ihr kriegt ja immer weniger XP. Oder ihr müsst immer mehr XP haben für den nächsten Aufstieg. Aber gut, dann habt ihr es einmal bestätigt bekommen. Falls ihr es auch im Internet gehört habt, ob das geht. Ja, es geht. Aber vielleicht nicht direkt auf Level 60. In dem Sinne sage ich Dankeschön fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Video. Macht's gut. Ciao, ciao.